Es ist natürlich schwer, gleich nach dem Spiel zu realisieren, aber die Freude war natürlich riesengroß nach dem Abpfiff. Es war eine Erleichterung, es war nochmal fünf Minuten Nachspielzeit und wir haben alle darauf gewartet, dass der Schiedsrichter endlich abpfeift. Und dass wir uns das so verdient haben und auch gewünscht haben, das ist wirklich ein Traum für uns alle. Der größte Tag in meiner Karriere. Es ist gar nicht so wirklich zu beschreiben, was man empfindet, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen, und wenn man wirklich mit Brüdern so einen Titel gewinnt, dann ist das das Maximum, was man erreichen kann. Es war ein Tag für mich, es war eines der besten Tag der meines Lebens auf dem Fútbol. Aber in dem Moment habe ich ein kleines Traum in meinem Kopf, das ist ein bisschen schade, weil Paris ist ein Klub, der für mich wirklich verpasst hat. Ich habe da gewandert. Es gibt also viel, viel, viel Freude und ein bisschen Tristesse. Der Erfolg jetzt hat hier, der hat so viele Menschen, die da mitgeholfen haben und das gehört denen allen. Und dass die Mannschaft heute nochmal diesen Weg gegangen ist, ganz konsequent und auch wirklich, ja, wir haben ja gesehen auch, dass Paris sehr, sehr gute Offensivkräfte hat, aber trotzdem wirklich mutig nach vorne verteidigt hat. Das war einfach klasse und ich denke, die zweite Halbzeit, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir auch verdient gewonnen. Manu ist auf jeden Fall zum falschen Moment in absoluter Topform wieder. Seit Wochen, seit Wochen, Wochen, Wochen hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben. Das steht fest und er spielt auf seinem allerhöchsten Niveau wieder, leider für uns. Haben Sie eigentlich heute Ihr bestes Spiel Ihrer Karriere gemacht? Nein, ich habe ein gutes Spiel, ein super Spiel gemacht, aber das kann man so nicht sagen. Mario Gomez hat es heute in unserem Tribute-Video gesagt, dass wir eigentlich uns darum streiten, wer den Fehler des anderen wieder gut macht. Und wenn du das von außen siehst, dann hat die Mannschaft einiges richtig gemacht. Vielen Dank auch an die Unterstützung von zu Hause, das dürfen wir nicht vergessen. Es können so viele Leute nicht da sein, auch die Familie, die Nähten. Wir haben noch ein Video heute gesehen, vor dem Spiel, unsere Frauen, Familien haben uns Glückwünsche geschickt. Es hat einfach viel zusammengepasst, aber jetzt wird es ein bisschen schnulzig.